So Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Wayman Origins. Wayman, habe ich gerade gesagt. Wayman. Wegmann. Wegmann-Ursprünge. Ähm, ja, wir gehen wieder in die letzte Welt. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken, wie das hier nochmal aussieht. Es fehlt nämlich nur noch 10 Lums. 10 Lums, zeig schon. Elektunes. Das ist cool. Das gefällt mir. Wir machen weiter mit moderne Zeiten. Mal gucken, ob wir Charlie Chaplin begegnen. Äh, ne? Weil es gibt da so einen Charlie Chaplin-Film, der heißt Modern Times oder moderne Zeiten. Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich weiß, aber ich glaube, es geht da auch so ein bisschen um. Irgendwie den technischen Fortschritt damals. Der Film aus den 30ern oder so. Soll ich vielleicht nochmal erwähnen. Aber hat, glaube ich, auch so ein bisschen so diese Thematik. Aber ich weiß es nicht so genau. So, okay. Ist er jetzt vielleicht das letzte reguläre Level? Frage bewusst vielleicht. Moment. Hä, hä, hä. Oh Gott. Oh, wie? Ja, warte, 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 warte. Okay. Das war ein bisschen zu viel für mich. Boah, ey, das Spiel, also jetzt. Zum Ende wird das Spiel echt nochmal hart, ne? Die letzten paar Level, die sind echt knackig. Holy moly, ey. Oh, ich denke mal, ich kann da vorbeilaufen einfach. Ja, gut, dann halt so. Okay. Okay. Okay, irgendwer ist da unten gerade gestorben. Oh, ich denke mal, ich kann da unten gehen. Höre. Oh. Nein. Alter Vater. Was passiert hier? Hilfe. Oh. Oh. Jetzt war aber... Das war knapp auf jeden Fall, möchte ich behaupten. Okay, das war doch ganz gut gerade. Okay, warte mal. Irgendwo hier, hä? Ich höre aber, ich habe die Elektrons gehört. Nee, 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 nee. Noch gehe ich hier nicht weg. Ach, das geht gar nicht. Scheiße, komme ich doch wieder hoch? Nee. Oh, Männchen, dann zerquetsche ich mich noch mal kurz. Hä? Ich habe das gehört. Ich hätte auch eigentlich... Nee, hätte ich nicht. Nee, ich wollte... Nee, nee, nee. Ich dachte gerade, ich hätte mir das schon mal saben können, was ich geschafft habe, aber nee, kannte ich ja gar nicht. War ein bisschen dumm. Gute richtig zugucken, wie er gerade zerquetscht wurde. Das war ein bisschen wissgelegen, doch. Oben? Nee. Das ist schon ganz schön laut hier, ne? Ich kann mir vorstellen, dass irgendwo auf halber Ebene man irgendwo rein kann oder so. Oh nein, hier stirbt man. Nee, doch nicht. Hm. Hä? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ups. Uff, uff, uff. Hm. Nee, ich checke nicht, wo die Electrons sein sollen. Müssen irgendwie... Wow, 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 wow. Müssen irgendwo anders sein. Ah! Ich wollte gerade runter. Ah! Das ist eigentlich hier direkt unter mir. Da kommt man nicht zufällig irgendwie hin, ne? Ups. Nee, ich habe absolut keinen Plan, wo das sein soll. Mhm. 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 Äh. Nicht aufregend, Leon. Das ist das letzte Level. Das, glaube ich, so knackig hart ist. Na, Mann! Ey, warum? Was passiert denn hier jetzt auf einmal immer? Ja, bleiben. Warum bin ich so blöd, da wieder rauszuspringen auf einmal? Nein. Ich sage mir, dass es sehr befriedigend ist. wieder fast daneben gesprungen hast du mein leben man konzentrier dich friesenjunge konzentriere ich doch jetzt mal ganz kurz nur einmal immer wieder das gleiche hier meine nase juckt warte ich jetzt noch mal ein bisschen jetzt mich aber noch ein bisschen verwirrt ist dass ich hier irgendwie auch ich habe ich habe keinen plan leute erklärt mir gerne wo das ist dass das raff ich halt echt nicht vielleicht sind die auch erst hier aber ich glaube nicht ja dann habe ich jetzt wahrscheinlich schon den ersten verpasst tut mir ein bisschen leid aber ich habe da sehe ich nicht wo da was sein soll man kann doch nicht sein wo ist das scheiß ding sonst waren die nie gut versteckt immer offensichtlich wenn man es gehört hat und jetzt soll das hier so absolut schwer sein glaube ich ja irgendwie nicht aha oh nein ich wollte noch nicht da rein okay aber ich glaube die sind da oben links aber hört man die schon im anderen rauben das war doch sonst nie so was da einfach gut verloren weil ich will einfach den grüpp an der stelle ich will einfach den grüpp an der stelle Moment, soll ich das ding mitnehmen nochmal ähm okay muss ich jetzt nicht verstehen ne ne komm ehrlich ich will jetzt ne hier zerquetsch mich ich will jetzt kein leben bis da oben verlieren hä was ist das ich verliere einfach grip hä was ist das schon wieder für kackspiel hier oh man ich will da doch noch gar nicht rein ja nee ach das ist doch Bullshit alle haben nur Bullshit ey ganz ehrlich man wieso haben wir den ja fick dich dummes blödes Viech ey ich hasse dich Murphy weißt du das eigentlich mhm du hast dir ganz viele Probleme soll ich dir helfen nein nein boah kann man das nicht irgendwie ausstellen kann ja das war jetzt irgendwie voll scheiße mhm man raffst du nicht ich raff es nicht wie man den kriegen soll jetzt ehrlich nicht ich würde ja auch gerne erstmal das Ding da oben saven damit ich es mal anders probieren kann was für mit durchrennen oder so oh mein Gott Ray-Ban hast du es ja nicht gereiht was ich von dir will geh doch da rein mensch ach 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 ich kann das einfach zerfetschen lassen aber ich will möglichst viele Lumps mitnehmen wie ich nur kriegen kann irgendwie ja genau Ray-Ban ganz genau so ganz genau so mein Freund ja boah mach doch nicht den Wandsprung an dem Ding ey mach ich geh mir doch nicht aufs Sack jetzt das ist das letzte Level glaube ich in der Art ne ich darf jetzt mal so richtig rumschreien hier nochmal ich werde dich aufregen ey warum mehr als einen Davio einfach nicht kriegen wow das war interessant und auch nicht so geplant ich habe einen Numbekommen ey egal einer ist besser als keiner so jetzt versuchen wir das hier nochmal richtig ja ich glaube der Trick ist nein ah das geht bestimmt warte mal durchzurennen pass mal auf guck so jetzt muss ich aber noch Attack kriegen hä? und wo landet das hier? ok cool schon Raum vorbei das ist sehr praktisch oh weia boah ne ok ok warte mal mach mal anders ha so gott ich dachte grad echt das kommt bis dahin wow ok ich hör schon die zweiten Lums das war dumm Uiuiui Okay Das kommt echt bis Oh, Alter Uiuiui Ah, okay Geils Wow Ah, ne, doch nicht Da oben Plattformen, das hat nichts zu bedeuten, glaube ich Ach, da unten Okay Ich hoffe, dass sie da bleiben Und nicht in der Lava irgendwie sterben Ich konnte da gut stehen Oh, weia Ja, das wird ein Spaß Okay, ich glaube, ich habe eine Idee, wie man das macht Boah, man kommt ja keinen Meter vorwärts Man, hier Mann, hier Mann Ey Oh, das ist ja ekelhaft Dankeschön, dass du jetzt auf einmal da direkt hinschießt Obwohl du sonst nie getan hast Äh Wow Ja Oh Leute Das habe ich nie gesehen Das war es halt noch nicht, ne Ja 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 Ach du heilige, ey Also die letzte Elektronik befreien muss, ne Das ist doch alles Bullshit, ey Boah, ist das kacke Ist das scheiße Oh Nee Oh, dann haben sie nochmal richtig die kreativen Köpfe Herangelassen, wa? Ah Bring doch da ran Mann Ey Du dummste kotze Rayman, ey Ich Oh, Mann Oh, ist die Stauung Die scheiße Oh, mit diesem scheiß Ding da Und diese scheiß Viecher Oh, ein bisschen Gyroiden So sehen die aus Wie die von Animal Crossing Ich hasse dich Ist mir jetzt egal Scheiß auf mein Herz, ey Oh, Gott Ah Da unten Was Ähm 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 Was? Das war ein Bug, oder? Das war jetzt ein Bug Alter Ich hasse dich, Spiel, ne Boah Mein Rayman Origins Hate war doch alles immer gerechtfertigt Boah, du dummes Stück kotze, ey War auf, damit Überall runter zu fallen, Rayman, ne Ja, mein Auge tränen Ich muss mir jetzt aber rumfummeln, ey Was war das denn schon wieder? Äh Alter Weg mit dir Weg, ne Weg mit dir Weg mit euch allen Oh, Mann Oh, Mann Alter Ist das denn Holy shit Wie lange geh ich hier seit 10 Minuten an dieser Einstelle Alter Das ist richtig kackenschwer Ähm Ja Hä Hä, warum da unten? Was zum Teufel? Das ist doch ein Bug, oder? Ey, jetzt mal ganz im Ernst Was ist das? Hä? Och, Mann Wieso habe ich den nächsten Bug hier scheinbar? Ey, das muss doch nicht sein Ja, toll Kann ich nicht schaffen An der Stelle Ich bin ja wieder runtergefallen Ja, das kann ich nicht schaffen an der Stelle Das ist ja richtig geil Ich guck mal ganz kurz im Internet Okay, Leute Wir haben ein Problem Ich hab wirklich gerade im Internet geschaut Das soll nicht so sein Es ist ein Bug Ich hab einfach einen Bug Und die, die, diese Scheiß Leckescheiß Gebi wird nicht frei Ich versuch's jetzt einfach noch ein, zweimal Beziehungsweise ich will mal versuchen Einfach mich erstmal vorbeizutschieten Äh, schieten, genau Einfach mal so dahin gehen Was dann vielleicht immer noch so ist Ne, jetzt gerade nicht Okay Nein Dank Ja, danke Mann, ich hasse dich Warum denn jetzt? Boah, das tut doch jetzt echt nicht Und Mann, ich hab einen Bug Ich will das jetzt nicht Und sieht so aus, wenn irgendeiner Die Schmach hier, die ich ihm antue, überlebt Vielleicht der, der runterfällt Ich weiß es nicht Äh Boah, das Spiel Du gehst mir gerade wieder richtig auf den Sack, ne? Weißt du das eigentlich? Mann, warum? Hör doch auf damit, ey Ehrlich Oh So In meinem Fall vielleicht Wirklich darauf achten, dass die auch alle Sterben Und auf jeden Fall alle Ja, danke Okay, wahrscheinlich der, den ich am Anfang da mal links runter geboxt hab Irgendwie hat der das überlebt Puh, ey Irgendwie da dann quasi wieder Ne, das sollte nicht so sein Da bin ich mir sicher Boah Okay Zum Glück doch noch Geschafft hier Oh, da ist noch einer Aber in meinem Fall will ich den haben Okay Okay, den krieg ich glaube ich nicht mehr Okay Oh lol Jo, es hört ja gar nicht mehr auf hier Ah, scheiße Mann, ohne Herz jetzt hier Oh, das ist ja richtig jetzt Scheiße Boah, nee, ey Mann Alter 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 Das ist das Spiel absolut übertrieben Ja Fick dich, ey Ehrlich Boah, vier Stück davon Wie soll ich das denn überleben Was schaffen, mehr gesagt Oh, dass man aber auch nirgendwo sicher ist Okay Scheiß auf diese kleinen Kackblums da Okay Das war's Aber alles, ne Oh Äh Soll ich jetzt noch Komm, scheiß drauf Muss schon passen Woll Wie bin ich gerade die Wand hochgelaufen Wieso Wieso kann ich auf einmal die Wand hochlaufen Ähm Okay Sind Plattformen, die rauskommen Oh weia No Scheiße Ähm Ja Oh Oh. Boah, in dem Fall war das kein Fehler die Lumps da jetzt irgendwie liegen zu lassen, aber das war mir echt ein bisschen zu stressig gerade. Okay. Ich habe übrigens bei meiner Recherche... Komm schon! Ah, du Arschloch. Äh... Das Level heißt auf Englisch nicht Modern Times. Verschenktes Potential. Finde ich den deutschen Namen cool. Das ist die Garnspielung. Ähm... Was war das jetzt bitte? Okay, der dem die ganz komischen Minisprung nur so macht. Die ganzen... Warum sind die ganzen komischen Viecher an der Decke jetzt weg? Ne, komm, wisst ihr was? Ich war doch normal. Die komischen Viecher an der Decke waren doch immer weg, ne? Ich bin ganz aufgewandt. Irgendwas habe ich doch gerade vergessen. Ah, mein Gehirn kriegt das aber auch einfach nicht hin, ne? Ich bin ganz aufgewandt. Hey, was? Guck mal. Was? Frau von... Es war vorhin auch einer, aber der ist jetzt auch irgendwie weg. Pff. Wuhu. Ah, Gott, okay. 185 Okay, da muss ich gerade mal rein Ups Was ist passiert? Die hebe ich mir auf Warte, sind ganz viele Dings, die ich hier kriegen kann Mann, warum denn? Das ist so klein, das Bild Ist wieder nicht sehr angenehm Hallo, wo läufst du hin, Kollege? Alter, was war das denn jetzt schon wieder? Ja, da lebt er noch Toll Hier war noch einer drauf So ein Kegel Ja, da Oh Gott, okay Boah, der Level ist auch wieder Stress pur, ne? Oder der Abschnitt Da oben ist bestimmt ein Secret, wenn man da mitfährt Oder auch nicht Schade So, ist hier noch einer dran Ja Das ist sehr schön Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt hin? Achso Nee Ähm Da war ein Viech Das habe ich nicht gesehen Danke Danke für diese Auch Perspektive-Spiel, ne? So dieses Alles ist ungefähr ein Pixel groß hier gerade Das ist doch scheiße Spiel Das ist doch einfach scheiße Da hat doch keiner was von jetzt gerade Mann! Oh! Und immer wieder macht Raymond so einen Wandsprung, ne? Obwohl ich einfach nur ein bisschen höher springen will Boah, geht mir das auf den Sack Und schon wieder Das war echt mal gut Bitte Spiel Lass mich einfach dieses Level schaffen Auf Anhieb Mit den 300 Wie viel Lumpen? 53 Alter, ich sitze seit über einer halben Stunde in dem Level, ne? Und ich bin gerade mal bei 200, 300 Lumpen Egal, ich mach das jetzt noch in der Folge, ne? Ich will nicht hier ohne Level Fortschritt raus Oder Wir belegen doch Weil ich sowieso noch eine Folge aufnehme Passt es halt auch zeitlich besser Ah Boah Das krieg ich heute in dem Ende Boah, es ist immer das gleiche, ey Man kann den Man kann Raymond manchmal einfach nicht gut Kontrollieren, weil er einfach Dumm ist Weil er halt, keine Ahnung Wandsprünge macht Wenn du einfach nur Meter höher springen willst Aber dann macht er einfach Wandsprünge, der Sack Geht mir bitte auf den Nerven Ich bin schon sehr oft dadurch, habe ich Lumps nicht bekommen Oh ja, ey Wieder immer das gleiche, ey Dankeschön, ey Man, ey Kann Raymond in solchen brenzligen Situationen einfach überhaupt nicht kontrollieren Hätte ich dann immer denken Mh, wir machen mal White Jump Okay, jetzt Sehe ich den wenigstens auch Ich werde schon wieder blind da Stirb, ey Boah Ich werde schon wieder blind davon gerannt Wurde ich gerade sagen Okay Okay Mh, das hat auch wieder wunderbar funktioniert Danke Ja Anschwung holen geht hier auch mal ungefähr so gar nicht Achso, so geht das Ich muss nicht, dass ich darauf stehen kann So Leute Ist mir jetzt egal Ich beende jetzt an der Stelle die Folge Vielen Dank, dass du dich zum nächsten Mal Tschüss